Ich bin Elisa und spiele den Jim Knochen. Und das ist mein Freund Lukas, der Lokomotivführer. Was macht denn ein Lokomotivführer ohne Lokomotive? Wenn du weg musst, werde ich mit dir gehen. Wir zwei bleiben zusammen. Denn wir sind zwei dicke Freunde. Wann wollt ihr fort? Da es nun mal sein muss, ist es das Beste. Wir gehen bald noch heute Nacht. Dann komm ich mit. Ja? Ja! Hier im Tausendwunderwald gibt es viel, was es nicht gibt. Oh, eine Reule mit Zylinder. Was zum Tausendallemoden gibt es im Tausendwunderwald. Es gibt nichts Schöneres, als ein Drache zu sein. Aber wir sind Menschenkinder und wir wollen wieder nach Hause. Euer Zuhause ist der Tier und ich werde euch zu Drachen machen. Aber ich liebe Geschichten Lukas, besonders merkwürdig. Ich bin ein Drache. Ich bin ein Lokomotivführer. Tut, tut. Nicht mal Menschen heik mich für einen rechtlichen Drachen. Wir müssen die arme Prinzessin befragen. Hey Lukas! Überleg doch mal, wenn man grauht, mich länder, dann müssen wir einreisen. Ja, wir sind zwei dicke Freunde und wir werden's wehbar sein. Und wir laden alle Lummer, Länder, Leute zum Mitfahrt ein. Die Freunde halten die immer zusammen, oder nicht? Ja, durch dick und dünn. Danke Lukas! Wir laden alle Lummer, Länder, Leute zum Mitfahrt ein. Wir laden alle Lachen. Untertitelung des ZDF, 2020